alle jetzt geht es wieder doch ein sonn weil auch Spaß damit du nix mehr habt und ein bisschen mehr gemacht ich hab Angst vor dir ihr kommt mehr auf ich bin da ich durfte auch dort mann älter Schichtler so ich mach mal das hat die Fertigke ich weiß nur das ist egal wie es macht so ich habe eine Kreativität im Verhalten machen du brauchst unbedingt noch Malon spackst du grad rum oh scheiße Alex sagt ich hätte äh daraus kannst du Goldbarren machen du kannst deine Äpfel vergolden die schmecken lecker mh hätte das sein können ach nee die sind mir zu altmodisch also Malo und Malo lass mal ein paar Schafe ich bin mir alles voll jedes Mal ruckelt wenn ich bei Malo umlaufe ja ich habe es gesagt spacken Köln wenn jetzt in Ordnung ich bin ich will der könnte ich umlegen dann lege ich ihn ihr Alex ich weiß schon wir dürfen nicht so was denken ja Alter man wie die immer gleich denken für die Kürz so sind die soziale die soziale Döte 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 so war er wieder hochkommt Döte 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 so hat sich ein Neter weg ein Neter weg keine Hauppie verdient bei Junge bei dem Mann im Alltag ja ja ich hab mir das schulamt gesagt ja was soll morgen sein ja hab ich ich mach mal dich gut auf Sturm ja Moment boah schreit der konversation extra weißt was ich tu mal kurz Alex unterbrechen ja ok ach Gott Marlon tja ok warte ja ja der kann auch sein Mikrofon einfach auf Maut stimmen ne ne so er ruft an doch hallo Alex ach ach oder willst du uns was sagen ja 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 Pistons Pistons das hab ich dir aber letztens schon gesagt Pistons Marlon und Crafted ach ja ich glaub 4 hab ich immer gemacht also 4 breit und 6 4 breit und 6 hoch 4 breit und 6 hoch hdd ich möchte ja ja der Marlon hat Doppel D ha ach Patrick ich hab glaub ich oh mein Gott oh mein Gott kann es sein dass es sein kann ja es kann sein dass es so ist wie es ist wer schießt mich hier schon wieder auf trefft dich überhaupt au oh fuck yeah hehehe ach Patrick ist voll schlecht ja ok ich sollte dich eigentlich respektieren ich lach nicht so dreckig alter ja ok er macht immerhin das hart F*** Dich Alex F*** Dich respektieren Spock jetzt nicht rum ok jetzt muss ich erst ja ok man du kriegst keine Pfeile mehr von mir pfff äh man Marlon Alex ja du sch- mit diesem Anruf mit diesem Anruf ah ok jetzt geht's schnell ok hm ja ach du scheiße du du Alter ich hab ich keine Ruhe du guck doch mein schöner Baum an der verkrüppelt irgendwie in die Gegend wächst weißt du weißt du weißt du weißt du was ist geil an dem Baum ich jedes Mal kann ich dann von dir runterrotzen wenn ich dich seh scheiße so richtig so ach voll aufs Face lass es sein ja dann komm ich persönlich her Patrick Patrick dann rotz ich zurück weißt du es bitte was sitze dann 급 dann 你 zu holen dann komm ich zu dir nach hause und dann sagst du unenen dann sag ich uuuhh und dann sag ich uuuhh und dann sag ich uuuhh verstehst du ihn alle also ich verstehe doch doch mal ich verstehe doch auch mann ich wollte nur noch über hat sich ab der internet ist es gibt es aus wie es aussieht gemacht er fragt ich brauche ein bisschen mehr knochen mehr f*** dich jetzt jetzt leg mich doch im arsch alex warum darf ich warum darf ich dich da nicht abschiezen ja schön aber was? du hast mich doch abgeschickt ich habe einen P... ne darf ich nicht mehr sagen ey hör auf ich habe einen Enes ich habe eine Waffe ey meine Eisenstaufel ich habe eine Eisenschere, beschützeneidisch ey aber dödödödödödödödödödödöd effizienz wie meinste ich bin drüber ja dass heisst ein nee effizienz oder heis oder heis schneller abbauen oder Oder? Heißt das wirklich schneller abbauen? Ach, ich geh mal in die Monsterfalle. Kommt drauf an, wo du's drauf hast. Wo hast du's drauf? Auf meiner Schaufel. Ja, der baut jetzt ziemlich schnell ab. Ey, wieso trage ich von Patricks Getreide kein Getreide? Weil's Patricks Getreide ist. Kein Wunder, wie hier mal zu wenig Getreide, wenn ich hier mal reinguck. Ah, jetzt. Schon erledigt, Patrick, du kannst mich nicht bepalten. Scheiße. Mein Kloster und singen. Naja, wie soll ich's ausdrücken? Scheiße. Gut, er darf das machen, ich nicht. Man, ich hab dein Garten ruiniert. Mist. Was? Was bin ich, hä? Da, ich hab' überall's genutzt. Scheiße. In meinem Keller nicht genutzt. Ich hab' ja, genau. Ich hab' ja, genau. Scheiße, das war's beleidigend. Das war's bisschen beleidigend. Das war's bisschen beleidigend. Weil du bist schlechtisch. Wie gesagt, ich brauch' immer noch fackeln. Ey, ich geh jetzt, wie ist der Sko und dann was. Also wenn sich einer sozial engagieren will. Ah, ich hab' genug. Genug. Ah, ich hab' neun Stück. Ne, warte. Ich muss mal schnell den Korb. Äh, ganz oben. Moment. Wo, wo, äh, rauchst du wieder da oben drauf? Ach, bei Schwarz, komm' runter. Wie soll ich da die komischen Fackeln hochspielen? Ich komm' kurz runter. Ja, genau. Äh, was hab' ich? Oh, fuck, das ist Cobblestone. Ja, das sind doch schon. Wo bist du? 1,64 Stack. Äh, warte. Patrick, komm' runter. Gut, danke. Okay, Patrick, komm' runter. Äh, komm' runter. Niemand will was von mir. Äh, was brauch' ich denn jetzt noch? Was hab' ich denn grad' gesagt, was ich denn brauch'? Ne, noch was. Ah, stimmt, Alten, genau. Fackeln. Hä, ich hab' gar nichts gebaut. Ey, was habt ihr hier, hier hier unten gebaut? Was? Was hat er jetzt schon wieder gemacht? Was hast du machen, der Penis. Arno, was, was, was hast du hier gebaut? Ach, das ist die Arena. Wolltest du hier eine Adventure-Map starten, oder was? Natürlich. Hatte Tagswerger? Ach. Nee, die ist netter. Ähm, weiß nicht mehr. Oh, was ist das? Jetzt hat er seinen Namen gesagt. Oh mein Gott. Okay. Ciao. Jetzt wissen sie, wer er ist. Jetzt wissen sie, wer sie ist. Jetzt kommt echt noch einer. Tschüss. 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 Tschüss, Patrick. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Sag' ich jetzt bestimmt nichts an. Der, der, der Penis. Aber, ja, aber, ja, gleich, demnächst. so mann ich zwei anrufe hintereinander ich habe vergessen dass der laptop auch ein mikro hat nein nein oh Papa was Alex du hast Probleme erzählt sie der Welt was ist los Alexander ey scheiß also dann baue ich jetzt weit an meinem Hausbaum leider Gottes ja ne Wohnung an deinem doch was ich die verbindet die dann sogar noch mit meinem Haus unten ich schob gar keinen Platz mehr mein mit dem Haus unten von mir was verbindt voll idiot aufdammt nicht rein in die ganze falsche Richtung äh ich würde sagen wir stoppen dann mal die Aufnahme leck mich am Arsch malern ja so ne ach du scheiß was das für ein hässlicher Baum k man ist doch kein stimmt Wort Mann zum Niederknie oh 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 wer schreibt mich die ganze Zeit von euch an wo doch ich ich hab immer noch zwei nahe Nachrichten bei Skype gehen sie bitte weg Niemand Niemand siegt sie ok ich auf ich auf ich auf ich auf Spaß also werfen die Dürfen anschreiben ok ich komm jetzt hoch und dann will ich meine Sachen haben wenn sie nicht da sind dann will ich sie trotzdem haben raus gehen raus gehen boah kein Plan genug HALT Leuchtstauern hab ich nicht dann hab ich nicht doch das hat mein ich hatte das nicht auch noch so liegt sie so ein komischer kann ich gerade nicht ja genommen ich weiß das war der Weg ich habe eine gebrauchte Axt Alter woher kommt der komische boh äh äh Skillet okay das war's ach das war's das das war's das war's das war's das war's du mal Bogie ja ich hab Bogie gesagt und ich bin nicht in einem M M O R P G M O R P G M O R P G also wie gesagt wie gesagt ich wäre dafür dass wir dann ja dann ja genau sobald die Folge draußen ist dann machen wir es auch dann wirklich was ich hoffe das bitte in die Kommentare ob wir jetzt aufhören sollen oder nicht Ciao wir einigen uns auf 15 Minuten noch also dann oh verdammt die Kacke ja noch auf 15 Minuten wirklich? Alex wie lange hast du noch Zeit? weil ich hab ja eh schon immer viel Zeit aber ich will das halt ausnutzen weil wer weiß wie lange es schon wieder dauert ich bin ich bin du eine Kreativität ich hab so lange an einem Baum rum getüftelt also es hat oh man ich kann nicht naaa naaa erst am Ende komm jetzt hörten ihn an da da wäre ich auch volle Kanne dafür ja guck ich bin wieder voll der Neger mal und wir wir verschwören es mal irgendwann mal richtig gegen Patrick ich kann es sein hey Marlon ich hatte noch nicht 61 äh 60er 6 fackeln ja Marlon wieso ja das kann sein Marlon wieso machst du dies komm ja guck mal was ich dann noch okay dann geh mal hoch ja ich kann grad nicht ich muss eh ich bin um Jo Digga Alla dann hör mal halt auf ok hör mal auf oder hey das mit den das mit der Spinnenfall ja meine Fackeln das müssen wir irgendwie anders da machen okay Alla ciao mhm lol alter jo Alla ciao ciao